Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video spiele ich mal wieder mit Francesco Doors und mit meinem Bruder. Aber wo ist denn mein Bruder hin? Ah, da bist du ja. So Leute, hier sind wir in Francescos Aufzug. Er hat die guten Modifiers angemacht. Und ja. Gibt es Grupefix Modifier? Also jeder Raum hat ein Grupefix. Oha, das ist wieder so OP. Ich kaufe jetzt eigentlich alles wie immer. So, Taschenlampe, Vitamine und Lockpick. Wir sind schneller als Sonic. Speedrun, wir Speedrun Doors. Yo. Ich habe Speedrun Doors. Speedrun. Yo. Ich habe Francesco Speedrun Doors. Ey Francesco und ich so. Wir werden doch die Speedrun noch nicht. Ey, wir werden doch die Speedrun noch nicht. Wir werden doch die Speedrun damit. Ich hoffe, Fika hört uns nicht, wenn man so macht. Ja, warte, es ist nicht, wenn man sich bei Crouchen. Jo, ne Kerze. Doch, wenn man, Crouch, er kann da immer noch nicht hören, leider. Also, er kann uns hören. Ja, wir werden hier docken auch noch. Oh, was? Shit. Nein. Mein Roboter hat's gelegt. Mein Roboter hat's gelegt auch immer. Also, irgendwie, warte, in die Seekchase, warte. Die Seekchase aber. Wird Sie dann nicht schneller sein? Ja, wir sind sehr schnell. Ey, also, das ist ja voll lustig. Mit fünf Modifiers. Mit fünf Modifiers. Ja, du hast du eigentlich das, äh, das Modify angemacht, wo alle Reimer nicht so dunkel sind, weil, ja. Äh, Light on, ja, habe ich. Aber warum kommen immer noch so viele Dinge, Reimer? Ja, wir sind schneller als Felix. Ja. Komm, mit. Hm. Sehr gut, quasi. Oh mein. Oh, Lü. Ich geh mit Francesco. So. Ey, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in das Seekchsch, meine Pillen poppe, werde ich es in diesem armen Raum definitiv nicht schaffen. Aber du wirst mega schnell sein, du wirst Sonic 2.0. Ey, soll ich mal, soll ich mal, soll ich mal. mal es mit, soll ich es mit diesen, äh, Dings probieren, wenn die Lichter wieder an sind? Okay, okay, okay. Schaut mal alle her. Ich popp jetzt meine Pills und schaut mal. Nein. Oh mein. Das ist ja krank. Das ist doch krank. Oh mein Gott. Nein, 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 also Pillen braucht dich nicht. Die Pillen braucht dich nicht. Also, stell dir mal vor, okay, guck, du so, ich muss meine Pills poppen, wir speedrunnen. Und dann kommst du vor diesen Raum. Hey, wieso habe ich immer noch zwei, zwei Dinger, zwei. Speedrun. Speedrun. Oh, jetzt kommst du nicht noch ein Ding. Ich hab die Sieg-Checks verlernt, bitte gebt mir eine Pause. Ja, ja, ja. Ja, oh. Du bist eh viel schneller. Oh mein Gott. Ich fühl mich auf meine Pills. Ey, Brauchenschaften. Ja, du kannst, 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 du kannst. Ich fühl mich einfach wie Quick Web, sie werden getrollt von El Splash. Crash. Ach, ich lebe noch irgendwie, 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 irgendwie lebe ich noch. Hier, irgendwie lebe ich noch. Ey, aber als ob Fäger und Zört, wenn wir uns crouchen, dann müssen wir die ganze Zeit nicht schweuert gemacht. Mach mal, mach mal machen. Weil wir jetzt nicht mehr sind, weil wir so schnell sind. Oh, Eis! Oh mein Gott. Du hast angedauert. Ich bin Liban und Brot geworden. Oh, ja, ich war so schnell. Ey, Francesco, es will sich gut, dann mit dir mal wieder zu spielen. Nein! Auch ein Besitz, so ein Dreck. Wer hat den Typen erfunden? mit mit man kann hast du was die erste schmoll die feier angemacht oder er habe ich nicht und dann noch wenn ich meine hast du dieses ein modifier an dieses eis modifier angemacht gut wie viel kann er mit raum und leichten ich brauche vor einst haben wir gleich hier haben wir haben ein paar ein hallo naja wir können genau kann ich sagen leider das wird wohl schlimm sein derzeit der hört uns wirklich können figure einfach einfach wir können figuren ausmarsen mit dem das schaffe ich definitiv nicht schweig hat auch schon franzesko haben auch so einen fettigen kopfzug haben was ich kann was nicht nicht wegen franzesko das ist doch speedrun was ist ja los wir bekommen das record wir sind 8 Minuten das war schon hier wow Daniel was warst du er arzt er ist wirklich aggressive er ist sie er ist sie er ist sie weißt du was ich sehe ich sehe einfach vegan er hinten franzesko und Daniel das ist doch krank wie schnell werden wir den wie schnell werden wir den für 100 machen also wir haben mega äh äh vitamin gefunden oh shit ja so äh sag mir ich mach den nein da gehst du es ich weiß alles gut alles gut alles gut warte da war ne Batterie ne doch nicht doch ein Feuerzeug ja El Gablino El Gablino niemand kann sich was leisten sie waren zu schnell dafür krieg ich nie meine die ist oh mein gott ich habe ein guberwix nein nein er braucht vitamine ich hab lauter er will stress mit mir bauen ich hab ein guberwix und wir haben alle extra eine vitamine eine mega vitamine dazu ey ich zitter vor auflegung wir sind so schnell bravo warte ich bin unterbett bitte fassen sie für mich wüsste 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 die schlüssel oh mein gott ich habe kiecht und wie war es denn los nein warte ich mach nur halt warte warte nicht weitergeben mach nur halt was kommt rossi kommt rossi kommt rossi kommt rossi das ist halt was halt wird so easy sein oder oder rossi kommt nicht wo hat es geflickert oh hey hey ich höre den aber die ganze zeit kann ich nicht soll ich auf eis kuchen nein mach nicht hey hast du dieses eis modifier an nein nein oh mein es lebt so hart was mein internet ist so ja meins auch als wir in den wildfires komm schnell runter runter ich gehe rechts äh links ich freige mal daniel hier weil trillo mein gott ich hab es ich hab es ich hab es ich werde disconnected ich werde disconnected ich habe es nicht gefunden äh nein ich werde disconnected ich werde ich lage du wurdest disconnected nein doch sicher oder doch wie weiter ich lebe wieder also das ist so mein das ist immer in dieser warte wenn ich jetzt in dubai laufen dann bin ich glaube ich tut kann niemand riskieren ich schaue hier nichts bei der 63 ich war nichts jaa oh mein gott no one no one oh oh mein gott was ich verspült bitte oh mein gott ich bin so leicht ich habe den ich habe den schelettnuch schelettnuch echt ich brauche diese pflanze ich auch ok dankeschön wo ist die pflanze? hä wo ist die pflanze? ich bin lost hier genau da genau da oh mein gott ich bin so nett ich geh gleich so sicher wie es weiter guck ich mach siehst du jetzt einfach soll ich meine pilz poppen? ich bin noch kinden Leute soll ich meine pilz poppen? mach das mach das nein ich mach das definitiv nicht doch ich mach aber ich will crewverfix auf ihn benutzen oh mein gott ich bin zu schnell mein bildschirm da dreht sich soll ich crewverfix benutzen? doch das ist mega easy halt dich mega easy jetzt wir können halt runnen welche richtung? ich bin schon hälfter weg ja ich auch oh mein bildschirm schickt sich immer noch von dass ich chase oder von halt bei mir auch oh nein oh nein wir waren so schnell dass unser neues probleme macht wie sollen wir 400 schaffen? keine ahnung ich hole mir den schrank oh mein gott oh mein gott nein oh easy easy game ich hab ein ich will auf rush crewfix benutzen wow what yo oh seit dunkelräume im geist an hm ey also wir machen jetzt warte geh nicht warte warte komm wir müssen beten damit wir ey eigentlich ist das ausnutzung vom gott aber wir machen künstliches beten halleluja warte 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 nein ey franzesko dann noch mal dass du mir fasst sehr früh warte 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 ich bin zu schnell oh mein gott ich hab ihn nicht gehört warte 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 mein bruder warte er war bei mir er war bei er ist drüber gegangen bei mir und dann ist er auf einmal zurück gekommen es kommt was leute probieren sich zu tun es ist Eis einfach so zu gehen ohne Heide ohne Heide ohne Heide geh einfach weiter franzesko ich bin schon wieder reingefallen reingegangen in Falle gib es dir 100 franzesko ohne Heide ohne Heide geh einfach weiter nein 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 es ist so risky ja und dabei sind wir schon so erreicht nein du scheiße schnell franzesko geh 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 ja und geh sofort wieder kommt was meine Kerze ist aus er kommt wieder versteck dich ich glaube nur meine Opfer öhm Rush war gerade Ambush bei dir ja wow warte wir jetzt weiter pass auf franzesko ist mega nett die nur zu fangen und wollen hat es wo hat mich mit dem vorliegen wird auch nicht geheilt hat wie bei logla der wollte mich bis zum tot halten ja immer niedrig war okay um aber das war ja nicht mehr klauschen ihr seid super schnell ich bin ihr könnt ihr habt und dann geht da noch ein bisschen das habe ich mit er auch mein gott man zu tun du weißt du hast mich so schocken Prozent mit der dritteilung ist die Täter als weißes Herz von einem neuen ein Mann wir haben unser Kultifix auch nicht mehr nur dabei doch französisch habe ich nicht ich habe gar nichts du machst du bist doch klar also ich habe jetzt nicht muss ich mal gucken das video geht 18 minuten 18 minuten neues video haben wir gemacht wir sind fast schneller als diese exploiter die gesagt haben dass sie mit exploits dorst in 18 minuten geschafft haben wirklich die haben es so gesagt im discord und wir sind einfach fast schneller französische figure ich war mit daniel in ein server so tier 100 ich habe gerade die 100 ich brauche eine pause ich habe mich gezittert was kommt versteckt euch leute habt ihr gesehen wie ich so meine maus gewandt ab das war vor aufregung dann hat mein experte knicker geklaut gg gg du bist sicher du bist sicher wir müssen das neu machen wir müssen das neu machen wir machen das ja wir müssen noch eine gute mit dem Spiel und mit dem kohle und um und um 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 nah um ich mache alle die die das macht ich kann immer von der Schülf um nachschloten und um die nach die 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 ich mag dieses minigame hör was stell dir mal vor du machst das mit A90 yo das kann man auch machen ja weiß ich Francesco benutzt perfekt auf deinem Rücken gegen Sega ich schon mal vor als ich so meine Maus voll gewackelt habe schau mal ich mal vor ich hätte da A90 10 9 4 6 ok schau ich hab jetzt Francesco Experten ich war als erstes fertig aber ich muss schneller weil Autos let's go haha Francesco kein Wind ey schau mal ich hab gerade meine Pillen genommen uuuh stark 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 Francesco keine Ahnung wieso aber ich spiele einfach fast immer DOS durch ne boah Leute falls euch das Video gefallen hat lasst gerne ein Like und ein Abo da ähm wenn ihr ein Video wollt mit den schwersten Modifiers dann lasst dann lasst dann lasst dann lass es mich unten in den Kommentaren wissen ok und tschau och эту try es